Cardano-Aktivität steigt nach Updates schlagartig an. Das Chang Update auf Cardano zeigt schon erste positive Effekte mit einem Anstieg von aktiven Nutzern und Handelsvolumen. In den letzten Tagen stieg die Anzahl täglich aktiver Adressen auf Cardano rapide an. Die On-Chain-Analysten von Sentiment berichteten, dass die Zahl am 5. September über 52.000 erreichte. Zusätzlich sorgte der Launch des Memcoin-Launchpads SnackFun für steigende Aktivitäten. Innerhalb weniger Sekunden nach dem Start zählte die Plattform mehr als 20.000 aktive Nutzer. Während Bitcoin und Ethereum fielen, verzeichnete Cardano ein Wochenplus von mehr als 3%. In den letzten 24 Stunden stieg die Kryptowährung um 3%, bleibt jedoch weit vom Jahreshoch entfernt. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.